Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Damen und Herren, es ist super explosiv und stinklich. Ich präsentiere Ihnen Dr. Proctor's Pupspulver. Das heißt Pupspulver. Pupspulver, Papa. Wir haben das Zeug von dem rothaarigen Zwerg und der fiesen Bliese. Interessant. Passt auf! Wow! Er ist fast weggeflogen. Starttraf mit ultimativen Pulvertest. Testen willst du, Dr. Proctor. Eine furzende Schande für alle Erfinder. Dr. Proctor hat nichts getan. Wir gehen zu Proctor und stehlen sein Pulver. So sind alle zufrieden und mit seiner neuesten Erfindung wirklich noch neuer. Du schaffst es, kleiner Mann. Feuer! Willst du lachen? Lass es krass! Ja! Dr. Proctor's Pupspulver! Dr. Proctor's Pupspulver! Vielen Dank.